Ehre, wem Ehre gebührt. Timo Schaffeld wurde im Vereinsheim des OTV für seinen Weltmeistertitel beim Ironman auf Hawaii in der Altersklasse 18 bis 24 geehrt. Neben der Vorstandsregel und der Abteilungsleitung des OTV Endurance Team fügten sich Vertreter der Stadt und des Sportes in die Reihen der Gratulanten ein. Die Stadtsparkasse unterstützt den Sportler mit einer Spende für weitere Investitionen.